Hätte Blue das über mich gesagt, würde er nie die nächste Remontagestation erreichen. Was hab ich denn gesagt? Was will die Olle eigentlich? Die will uns gegeneinander aufhetzen, ausspielen. Ja, aber warum denn? Ja, keine Ahnung, weil die ja evil ist. Ich weiß ja, die braucht einfach nur einen Liebhaber. Ja, Caroline wurde... Ihr habt es beide geschafft, ungeachtet dessen, was ich auch versuche, euch zu entzweien oder zu zerstören. Testen wir weiter. Will keiner von euch den anderen übertrumpfen? Als wärt ihr nur Maschinen. Nee, 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 nee. Wie kommt denn da jetzt eigentlich? Oh, das sieht kompliziert aus, ey. Oh, Gott, was ich... Oh, ein... ein Stream. Ein Emanzipationsgefühl. Ja, aber es bringt mir das, wenn ich da eine Superzale hinsetzen kann. Ach doch, kann ich. Ah, awesome. So kann ich, das kann ich machen, ja. Kann ich dann auch... Ich kann nicht mehr so viel reinkommen, in den Strahl. Was muss ich denn, wenn ich einfach mal... Freischnauze, okay, das ist... Okay, knack. Hä, hä, hä. Knack. Hä, hä. Nee, so weit komm ich nicht. Kannst das Portal... Mehr kann ich nicht machen. Weiter komm ich mit uns nicht. Kannst du das da hin machen? Nein, kann ich nicht. Ach so. Ich... Oh. Das ist alles, was ich machen kann. Kannst du in den Stream rein? Nein, kannst du auch nicht. Nein, kann ich auch nicht. Ich kann den nur... ...rufkehlen. Aber du kannst das ja machen. Du kannst doch da, nehm du da, ne, und dann, äh... Hä? Ne, du da jetzt rüber hüppst, kannst du ja hier auf dieser Seite Portal machen. Dann kannst du damit mit dem Streamer machen, was du willst. Aber ich fliege ja zu weit. Oder was meinst du? Guck mal, wenn ich jetzt hier das Teil benutze... Ja, ja, ich sehe schon. Ah, ja, ja, ich schaue, ich schaue. Ähm... Da musst du irgendwie... Da musst du irgendwie machen. Irgendwie hier mal auf, äh, so ein weißes Ding kommen. Ach, der klappt hier so ein Ding aus. Was macht der denn damit? Das würde ich nicht wissen. Moment mal. Geh du noch mal, oder ich geh noch mal. Nein, geh du noch mal da rein. Hier. Ich geh da noch mal rein, mach mal dein Portal, dann, wo jetzt ein rotes ist. Rotes ist da. So. Wo die Kacke ist jetzt, lass ich da wieder runterfallen. Aber ich gucke mein Schwenning. Genau das nochmal so. Nein, andere Richtung. Oder nein, lass ihn. Andere Richtung, andere Richtung. So kann ich jetzt... Ah, 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 ah. Shit. Spring raus. Ah. Nein. Ja, ich weiß, du warst das Blue. Tu nicht so stolz. Ja, alt die Fresse. Es ist teuer, wenn ich mich nicht mehr fließe. Ernst? Oh, ist ja. Awesome. Jetzt kann ich da... Warte mal, dann werde ich... Oh, ist ja cool. Mach ich da mal so. Hallo? Und dann... Bäh! Was ist das denn für ein Schwachsinn? Oder bist du da runtergegangen? Ich bin nirgendwo runtergegangen. Ich steh den ganzen... Ich mach nur... Ich mach nur das da. Achso. Hm. Ja, mach mal wieder... Mach die Vorhaut weg quasi. Ja, mach mal wieder die Vorhaut weg. Ich muss hier mal wie raus. Du musst doch... Ich bin ja raus! Oh Gott! Äh... Jetzt muss ich... Da wieder... Ja, das stimmt ja schon so. Äh... So, es geht schon. Na gut, dann muss ich, äh... Hier kann ich... Ah, guck! Ach, ich kann das... Oh! Aha! So. Und das bringt jetzt... Und wo muss ich dann hin? Da hin? Nein, du musst hier rein. Genau. Ich spring in den Stream und steig hier an der nächsten Station aus. Äh... So, jetzt, äh... So. Guten Tag! Geht nur weiter so und du wirst es bereuen. Eure Gehirne sind zu winzig für diese Gefühle. Also kann ich euch vollstens vertrauen. Ach, warte an, warte nur ab! Wir werden nicht... Ja. Du hast gemeint, so müssen wir am Ende GLaDOS auch klapp machen, oder? Na, weiß ich nicht. Keine Ahnung, was ist das... Demontieren, gewaltsam demontieren. Ich weiß nicht, wie das überhaupt enden soll. Ja, ich auch nicht. Ich hab gar keine Ahnung, oder so. Ja, ich auch nicht. Ja, ich auch nicht. Das ist der letzte Test der Standardstrecke. Extra für euch. Ich dachte, ihr freut euch mal über eine kleine Herausforderung. Och, nö. Es ist schon so spät, klar. Das passiert jetzt ja eigentlich nicht. Was passiert auch? Ach so, der Stream wird... Umgestreamt. Lass den mal so. Ach so, wo bist du denn? Ich hab dich nicht erzählt. Toll. Jetzt stürzt du dich gleich in den Abgrund, oder was? Dann komm ich gar nicht. Ach, das schaffst du schon irgendwie. Warte mal, kannst du dich da jetzt... ...einstürzen? So? Wohin? Was? Bitte? Warte mal. Da runter? Guck mal, ich kann dich gewaltsam zurückholen. Jetzt, äh... Warte, pass auf. Und, äh... uaah... uaah... ...er ist ein Porto... as ein Katapult. Ich spring mal rüber, wa? wuuaah... uoah... uh 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 uh... waaah... ach, schade, ich dachte, dass ich das erst zuck. Äh... also... ...hätte ich also, ne? Was hat das jetzt eigentlich mit den Fingern hier auf sich? Oh, die machen Quetsch. Ist die da durch? Was? Gehen die Dinger auch irgendwie zu? Nö, die bleiben so. Will ich für sie hoffen. Ich will da nämlich nicht durch. Ich hab da nämlich da halt durch. Du musst mir zeigen, was ich machen soll. Bei einer Notte, ich mach alle. Ein Blutjob bitte. Nö, nicht für dich. Will ich hier auch lieber gar nicht. Ähm, ich weiß gar nicht, was man da machen muss. Erstmal kannst du hier durch streamen. So, wirklich. Oh, so. Durch streamen. Da unten ist doch ne Platte. Ich muss mich hier überschleunigen, das Gefühl. Alright. Das bringt der Tauch. Böse, beschleunigt. Wieso rutsch? Wenn ich da rein... Böse. Böse. Das macht schade, ich da reinlaufe. Ich glaube, davon wurde es auch gebaut, oder nicht? Ach. Kann ich da... Warte mal. Aber ich kann noch. Äh, äh, kannst du in den Strahl hier reinleiten? Sicher doch. Jetzt kriegst du Vollgeist und Dinge wie Fresse. Ja, hier noch nicht. Äh. Du musst den gleich, äh, umdrehen. Umdrehen? Ja. Fertig? Ja. Go. Pass auf deine Hoden auf. Ach, du Scheiße. Äh. Nein, 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 nein. Achso, ja. Äh. Wie soll das denn funktionieren? Ach. Warte. Für... Ja, ja. Lass mal. Lass mal. Lass mal. Andere Richtung. So. Da wach. Jetzt. Ja, so. Über dir. Unter mir. Über mir? Auch Tatsache. Okay, zurück. Warte, ich weiß noch nicht, wann das Ding...